Latrine! Was ist passiert? Was hast du herausgefunden, Latrine? Wo sind die anderen? Wir haben nie eine Chance gehabt. Es war ein widerliches Gemetzel. Ich hab schon letztes Jahr gesagt, dass der Amateurfußball immer härter wird. Aus welcher Richtung sind sie gekommen? Die Straße rauf. Oh mein Gott, sie werden uns alle töten! Was ist das? Was ist gerade eine Chance als Help, nur kurz aus dem Weg. Was ist die Zonen? Das ist ein Rallymoto für die Die. Was ist das? Das ist das. Was ist das? Oh mein Gott. Was ist das? Dass der Schritt für die Zonen ist, WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Platz! Wahnsinn! Gut geschossen! Spitze, Alter!